Servus Leute, Mäusen hier und heute ist ein neues Spiel bei Steam rausgekommen und zwar ist es noch in Early Access, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so bugfrei wie es sein sollte, aber es hat nur positive Bewertungen und jetzt wollen wir doch mal gucken wie das ist. Hier neben mir steht der Pferdel, der spielt heute mit mir, wir sind auf einem öffentlichen Server, weil es hat leider nicht geklappt, das auf einem privaten zu machen, keine Ahnung warum und ja, dann fangen wir doch einfach mal an, so ein bisschen, genau das Spiel heißt The Hunter Primal, 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 was ist das hier? Okay, ich glaube das sollten die auch mal fixen, es kann nur einer gleichzeitig. Ammonation. Kann man die nicht nehmen? Doch, die muss in unten ziehen, also noch rechts unten. Ah, okay. Spot in die. Wer schießt hier? Der Kevin Bowie. Dann wird er wahrscheinlich gerade angegriffen. Ja. Ja, es geht bei dem Spiel eigentlich hauptsächlich darum, also das ist eine Mischung aus DayZ und Jurassic Park, hat einer in die Kommentare geschrieben und ja, ihr könnt euch schon denken, man muss ja halt versuchen zu überleben in einer Welt voller Dinosaurier und ich habe echt noch keinen Plan, wie was irgendwie hier funktioniert, ob man sich einen Unterschlupf bauen kann oder was auch immer. Und ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Pferdl, du rennst zu weit vor. Was? Achso, Entschuldigung. Boah, wieder. Was denn? Da habe ich gerade genau einen Vogel durch meine Kamera durchgeflogen. Also durch meinen Spieler. Zu dem Kevin da. Also das dauert schon ein bisschen, bis man wieder rennen kann, also bis das wieder gefüllt ist, naja, das kann man denen ja schreiben. Das ist ja immerhin Early Access und man kann ja damit mitwirken. Die Grafik ist jetzt bei mir nicht auf das Höchste eingestellt. Komischerweise bei anderen Spielen kann ich locker ohne Probleme mit höchster Grafik spielen, aber bei dem hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass das Spiel grafisch so aufwendig ist oder dass mein PC das nicht packt halt oder ob das jetzt halt an der Beta liegt, dass das halt noch ein Early Access ist. Aber mal gucken. Eine Lichtung. Schön. Ich habe irgendwas knurren. Ah, verdammt. Oh, hier da. Ich bin nicht. Hier sind diese komischen Dingspflanzen, die musst du aufpassen. Ja, so Dornenbüsche oder... Ja, ja, die sind giftig. Ich habe Kevin gefunden. Ja. Hallo, Kevin. Pferdl? Ach, da. Ja, ich suche sie. Was suchst du? Warum schießt der auf mich? Ruck da. Ich glaube, er versucht mich zu killen. Ja, aber ist ja P4P. Viel Spaß beim Sterben. Äh. Warum greift er den nicht an? WTF? Oh, er wird jetzt angegriffen. Pech gehabt. Er hat versucht mich umzubringen. Nur weg hier. Was? Wer ist tot? Ja. Achso. Wo ist tot? Ähm. Ich habe den Raptor verjagt. Schön. Ich habe einen Pfeil auf ihn geschossen. Äh, da oben ist er noch. Muss aufpassen. Ich sehe seinen Schwanz noch. Er ist weg. Er ist weg. Ui da. Kim, hol die Dassen schnell. Der läuft da oben noch rum. Gucken wir mal gerade. Ja, hier ist irgendwas in der Nähe, ne? Bei mir. Bei dir? Ja. Wolle in die Tasche schauen. Diese Kack-Dornbäsche. Geh mir ein bisschen auf den Keks. Bäsche. Den nehmen wir mal mit. Die Munition nehmen wir mal mit. Pfeile. Kann man immer gebrauchen. Health-Kanister. Ist das gut? Oh, 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 oh. Lauf, lauf, lauf. Was denn? Versteck dich oder lauf. Mach irgendwas. Wegen dem, äh. Ja. Ich habe ihn abgeschossen. Oh, der ist bei mir. Wie, du wirst schon gekillt. Ja. Wir haben ihn geblüßt versteckt und er ist aus dem Geblüßt rausgehofft. Glück gesagt. Ja, ich gehe gerade auf die Jagd nach ihm. Wo ist er hin? Oh, ist es wieder von vorne. Ich bin über Schottgang gehabt. Ich treffe nicht. Wie öffnet man das Inventar? Ich glaube, er kommt näher. Und ich bin gerade im Inventar. Das ist auch... Da ist er. Von der Mitte entfernt. Jetzt habe ich ihn verscheucht. Ihr werdet alle angegriffen von denen und ich verscheucht ihn nur. Du weißt ja nicht. Ich renne den mal hinterher. Vielleicht kriege ich ihn ja noch. Ich möchte unbedingt einen Dino töten. Dann bleib bei dem Zeug. Dann bleib bei meiner Leiche und schau mal, ob irgendwas zum Looten ist. Das könnte ich mal machen, ob das geht. Wo bist du denn gestorben? Ich glaube hier irgendwo, oder? Jetzt habe ich glaube ich irgendwas eingesammelt. Ja, du bist bei meiner Leiche, glaube ich. Wo läufst du lang? Sie wurden von einem T-Rex gefressen. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Bitte wenden. Ah, cool. Gut. Ja, die ist so... Wo hast du? Oh. Later. Ich glaube ich mache mal die Spielsounds ein wenig lauter. Das muss alles etwas intensiver klingen. Oh, oh. Also in meiner Nähe ist irgendwo... Der ist richtig nah, aber wo ist er? Hörst du ihn? Nee. Ich bin ganz in der Nähe. Ja, ja. Du. Da unten ist einer. Stirb du Vieh! Was? Ja, wir bleiben. Toll, ich habe keine Pfeile mehr. Dann. Ah! Du Mistvieh! Geh weg von mir! Lauf doch, lauf doch! Pferde! Ich habe keine Munition mehr! Lass uns lieber mal Loot suchen. Ja, dann. Ich glaube, das ist wichtiger. Da muss aber irgendwo draußen Kisten sein. Ja, stimmt. Da oben. Wollen wir jetzt schnell. Pass auf, da oben ist irgendwo der Raptor, falls er nicht weggelaufen ist. Ich weiß zwar noch nicht, für was diese roten Dinger da sind, die man aufsammeln kann. Ja, das sind Markierungen und so. Da ist ein Pfeil am Bogen. Perfekt. Da ist ein Pfeil. So, Pfeil. Ich hätte gerne mal irgendwas zum Schießen, weil Munition habe ich jetzt mehr als genug. Pferde, da unten waren wir doch schon, oder? Ich glaube, ich möchte mein Lächeln finden, weil da ist ein Schrot. Eine Schrotplinte. Ich bin irgendwo gestorben. Fuck, 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 fuck. Ich habe es gefunden. Ja, der hat dich gesehen. Wer hat mich gesehen? Ähm. Der liebe Freund. Boah! Alter! Nein, nicht sterben! Nicht sterben! Ich habe ihn gekillt! Ich habe ihn gekillt! Kurz vorm Sterben habe ich ihn getötet. Und mit dem Hund, oder? Und hier ist dein Loot, da drin im Busch. Lauf einfach in den Busch rein und drück überall, eh. Oder hier, guck mal, hier liegt doch ein Rucksack. Ist es nicht deiner? Wo denn? Hier, vor mir. Ach, jetzt bist du wieder nachfügig. Hier. Da, direkt vor mir. Ja. Ist deiner? Ja. Okay. Nein! Och, nein! Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, das war's. Wiggle, 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 wiggle. Der sollte sich erst mal die Fußnägel schneiden. Meine Güte. Die Munition hast du ganz, hast du drin gelassen? Fuß. Ja, die kannst du hoffen. Ich hoffe, dass ich das Gewehr bald mal finde. Womit ich das verwenden kann. Aber, mit dem kann man doch irgendwas tun, oder? So. Ähm. Da ist ein Ausrufezeichen. Was bedeutet das? Irgendwas nehme. Lockt aus. So. Das ist cool. Du kannst dir angucken, wo du den getroffen hast. Ich hab ihn im Körper und einmal in der linken und einmal in der rechten Lunge getroffen. Cool. Das war anscheinend der, den ich vorhin schon mal, ähm, erwischt hatte. Also, die Hits werden beibehalten. Oh. Was denn? Er ist weg. Aber jetzt suchen wir uns mal ein anderes Plätzchen. Geh mal weg. Das ist doof, dass er jedes Mal anzeigt, sobald jemand weg ist. Also, ich regenerier' gerade. Warte kurz. Komm, du, schnell. So, man sieht's schon wieder. Ich kann nicht mehr schräg laufen. Ich kann nur noch gerade laufen. Warum kann ich nur gerade laufen? Y. Y. Na, X meine. X. Ah, ja. Äh, hinter dir. Ja. Was? Kapis dich. Oh, hier sind mehrere. Fuck it. Hast du? Ja, ich hab ihn ja nicht getroffen. Vielleicht hab ich ihn verschreckt. Hier haben wir den Hügel heraufgeschlossen. Hier ist irgendwo noch einer. Ich hör' Oh, direkt neben mir. Da kommt er. Pferdel. Hast'n? Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. Man kann ihn nicht farben oder sowas, gell? Ne. Du kannst ja, du kannst ja mit diesem, mit dem Navigationsgerät. Ja, auf E oder was? Äh. Ach so, auf die Lupe. Ich hänge gerade im Lost-Connection-to-Client-Bildschirm. Ah, jetzt, okay. Ähm, wenn du auf die Lupe drückst, siehst du, wo du ihn getroffen hast. Ja. Hey, das gibt's doch nicht. Nicht wirklich, Mann. Na? Ich muss ja jetzt nur hier nehmen. Ich hab' einen schwarzen Bildschirm. Hallo. Hallo. Ah, da bin ich ja wieder. Ja. Oh, ich kann leider nicht auf die Suche drücken. Schade. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, gehen wir mal weiter, auf jeden Fall. Pusch. Geil. Geh mal her. Was ist das denn? Wißt du? Coder und dann weißt du. Was kann man mit dem machen? Äh, analysieren. New Trail found. Spezies. Age. Abtun. 430 bis 470. Ja. Gernst du noch was bei dem Spiel? Schlecht, find ich's net. Wir entfernen uns von dem Ziel, was wir angegeben haben. Ja, das war das X, der... Aber nee, warte mal. Nee, warte mal, warte mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ach nee, das ist, glaub ich, allgemein, wie weit wir schon gelaufen sind. Ja. Warte mal kurz auf mich, meine, äh, Dings ist... Ekelhafte Pflanze, ekelhafte Pflanze. Ja, ähm, ich frag mich ja, wie viele Spezies es hier irgendwann gibt. Bekirchen ist. Wo ist jetzt 2? Hm? Der T-Rex und der... Ja, den T-Rex hast du schon gesehen, gell? Ja, der hab ich gekillt. Ja, ich hab ihn noch nicht gesehen. Aber sieht schon cool aus hier. Da unten ist Meer. Ui. In der Einigung. Man kann irgendwie Steine aufheben. Aber wie? Die Lichtung hier unten sieht mir irgendwie nicht geheuer aus. Egal. Komm, wir mal. Gehen wir einfach mal. Wo hast du denn die Klamotten her? Oh, schade. Nein. Was denn? Ich weiß nicht, warum er mir immer ausgeschmeißt. Ja, bei mir auch. Na ja, gut. Wir sind sowieso bei 21, nein, 22 Minuten. Ähm, das war's für diese Folge. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Wuschel, mach Sitz. Wuschel. Ich werd kein zweites Mal sagen. Alter, stell dir einfach mal vor, du gehst ganz normal, swaggst du einfach so durch die Straße und bist so am Spazieren und auf einmal läuft einer an dir vorbei. Wuschel aus. Wuschel. Okay. 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 Ja, 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 ja.